Wenn ein neuer Vorgang angelegt werden soll und die Referatsauswahl nicht zur Verfügung steht, reicht es, wenn Sie mit der Maus zwischen Referat und Stammakte einmal hin und her scrollen, bis sich die Maus entsprechend verändert, dass Sie diesen Strich und die beiden Pfeile nach unten und oben sehen. Anschließend können Sie mit der rechten Maustaste den Trennstrich nach oben schieben und die Referatsauswahl steht wieder zur Verfügung.